So, ich bin jetzt einmal rüber, habe alle Maschen gestrickt, wie sie erscheinen. Ich habe eine Rundstricknadel genommen, so dass alle Maschen drauf passen. Jetzt muss ich die Runde schließen, aber vorher, deswegen mache ich das immer erst in der zweiten Runde, gucke ich einmal, lege mir das um und mache hier nachher noch einen Rollkragen dran und finde, es passt schon. Also ist eine gute Wahl. 126 Maschen, ich habe Nadelstärke 4,5. Jetzt schließe ich die Runde, vorher legen wir alle Maschen gut hin. Jetzt wird sofort die Rachlinie zugenommen. Das heißt, da wo ich eben eine Masche hatte am Anfang, das ist bei mir auch das Vorderteil. Ich brauche keinen Maschenmarkierer, weil mit dem ganzen linken seht ihr das alle. Jetzt müssen wir aus der einen Masche drei machen, denn da wird es nachher weiter. Es geht 1, 3, 5, 7 und so weiter. Ich nehme eine Masche raus, verschränkt, damit wir keine Löcher haben. Na, komm schon. Wenig. Einmal, zweimal und einmal noch. Das ist immer ein bisschen tödlich. Und dann hat mein Worpel auch noch 5,5, 5,5, so jetzt haben wir 5. Die 5 linken, die bleiben der Zopf bleibt, 1, 2, die werden auch nicht mehr, 3, 4, diesmal drehen wir auch noch nicht, 5 linke, der Zopf 8 rechte, kann man auch mit 6 machen, sieht auch gut aus, das ist jedem selbst überlassen, wer es am liebsten mag, dann wieder 5 linke, 1, 2, 3, 4, 5 und nun nehme ich zu, wir hatten 26 eben beim Arm, jetzt wären es 28, das machen wir jede zweite Runde, nicht jede Runde, nächste Runde einfach nur wieder drüber stricken, nicht zunehmen, einmal vorne eine zunehmen und jetzt wenn ich meine 25 gestrickt habe, in der letzten rechten Masche, aus der letzten rechten Masche, eine heraus stricken, dann habe ich 28, da ist dann auch meine zweite Rachland Linie, da wieder eine zunehmen, dann sind wir wieder beim Zapf, 5 linke, 2, 3, 4, 5, dann 8 rechte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5 linke, 1, 2, 3, 4, 5 und damit das hinten auch wieder weiter wird, aus der einen wieder 3 machen, eine raus, 2 raus und die dritte, dann wieder 5 linke, 1, 2, 3, 4, 5, dann wieder den Zapf, 8, 1, 2, das weiß ich jetzt auch nicht, warum das so flimmert, 3, komisch, was ist das denn jetzt, wieso flimmert das Bild so, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ich starte mal neu.